Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Landwirtschafts-Simulator 2017 Äh, ja doch, 2017, ja, äh, fail Äh, ja, lange ist es her, dass wir wieder was aufnehmen Das war in einer anderen Session, ein bisschen was haben wir offscreen gemacht Sonst würde das Feld davon ja nicht sein Was? Hier hat sich was verändert, es ist breite geworden Wir haben das ein oder andere Gerät neu Das weiß man doch, oder? Nee, ich glaube nicht Also, dass der hier, dass der Flug neu ist, weiß man nicht Äh, egal Alles, was sich geändert hat seit der vierten, äh, seit der Letzten Aufnahme Seit der letzten Aufnahme, das, äh, ja Ne? Ähm Und ja Man sieht bei mir hier oben in der Ecke, ich hab eine Million Das liegt daran, dass ich Alle Coins im Singleplayer eingesammelt hab auf dieser Map Und, ähm Ja, ich bin immer noch weg Ähm Ich darf, kannst du mir kurz Verkaufrechte geben? Kann ich den Dings schon mal verkaufen? Ja, mach ich jetzt gleich, ähm Oh Aber du könntest mal da hinten bei den Helfern was machen Lass mich raten, weil die Geld ziehen Ja, auch Äh, hast du zwei Seher auf Einfeld geschickt? Genau Doppelte Geschwindigkeit Egal Das ist gleichwertig So Ich darf die ja nicht übernehmen oder wegmachen, du kannst das nur noch So, fertig Ja, da fehlt auch was, du stehst im Weg Yeah, fällt es fertig Jetzt sind alle Fälle, fertig Nachher wollen, also, ich hab das mit dem Einsammeln der Coins aufgenommen Ich werd davon ein Timelapse-Video schneiden Und, ähm Das wird dann auch hochgeladen, ich werd das hier unter dem Video verlinken Wir wollen jetzt Oh Geld ausgeben Dead by Daylight hat was angekündigt Super, das plöppert bei mir hier die ganze Zeit auf Ähm Wir wollen jetzt, ich klicke mal auf Escape Hier unten Feld 26 kaufen Einen Traktor und eine Sämaschine und einen neuen, äh, Mähdrescher Wo ist Feld 26? Neuen Mähdrescher Von, wieder von Case Der Case hat uns irgendwie nicht im Stich gelassen Dafür wurden unsere alte Dame hier verkauft Feld 26? Feld 26? Feld 26, das ist da unten an der Straße Und, ja Dann wollen wir mal Ah, das Äh, da sind drüben drauf oder sowas Eine Ahnung Komm, wir weg, aber nicht wegfahren Was? Ne, Sebastian will nicht wegfahren, der darf auch noch nicht wegfahren Ich fahre damals, die Feld wie, äh, Feld 26, wollt ihr dabei sein? Dann könnt ihr euch dann gleich in mein Auto skippen und aussteigen So Dieses Feld wollen wir auch in der Zukunft kaufen Weil das kann man ziemlich gut erweitern mit dem Flug Ähm, ah ne, da sind grad keine Rüben drauf, sondern wird das, was wir sogar ernten können Ich freu mich drauf So Alle rein, es geht mal aussteigen Mal rein, es geht mal aussteigen Mal rein, aussteigen Lübe, aussteigen Guck mal hier Sojabohnen Sojabohnen? Sojabohnen Sicher Das ist richtig geil Das ist safe Duck dich mal Und nimm mal nen Zug Duckt euch mal im Feld, duckt euch bitte mal im Feld Ja, haben wir gemacht Das bringt nix Aber das sieht man, ja Ja Das Feld kaufen wir jetzt, ne? Wer ist der Gegen? Okay Soll ich fahre erstmal drüber an? Nein Das scheiß Feld gehört uns Und wir sind 400.000 Reis Äh, ja, und hier liegen immer noch zwei Bäume Ja, dann entfernen sie Na, das kannst du auch machen Ja, ich bin nicht der Baum Mensch Ich bin mal kurz weg Aber das ist voll geil Das Feld ist riesengroß und Sojabohnen bringen So scheiße viel Asche Ähm Garage Ich verkaufe jetzt unsere alte Lady Ist da noch was drin? Äh, nö Nicht, dass ich gerochen hab Fahrzeug wurde ver... Oh Hä? Ist da jemand drin? Ja, Sebastian Mein Gott Aussteigen Alte Lady ist weg Geht nicht Der sitzt da drin Basti Der ist kacken oder so Sorry, da muss ich den kicken Weil so geht's auch nicht Kicken Ich mach mal unsere Sachen wieder sauber Damit die nicht kaputt gehen Damit die nicht kaputt gehen So, die alte Lady ist weg Das ist auch weg Ich fahr den neuen Ich fahr den neuen zu Äh, zum neuen Feld Hey, wie ist das? Darf ich mich nicht besuchen? Danke So, Erntemaschine Wir wollten uns hier den Case Hier, den Oh, neues Case Den Case Axial Flow 7.130 holen Der ist ein Ganz klein bisschen stärker Hatten wir ein ganz klein bisschen mehr Füllvolumen So, treibt es dreifacher Und ist ein ganz kleines bisschen geiler So, das ist dreifacher So, kaufen Gerät gehört uns Ja Moment, warte Ich hole noch eben schnell das Mehrwerk dafür Weil das brauchen wir natürlich auch Äh, das ist Das da, ne? Der sieht auf jeden Fall nice aus So Genau, das hier war das Alles klar Der ist groß Pass auf So, und jetzt wollten wir uns noch einen Trakturk holen Äh, ein Tuk-Tuk Ein Tuk-Tuk Aber weil wir so geile Vorbesteller sind Genau Haben wir den, äh Weiterer T-Series Co-Edition Der bringt eigentlich nichts Besonderes Außer, dass der jetzt so kuhfarben ist Aber der ist geil Der ist einfach nur Kannst du mal die Hauptfarbe aussuchen, außer die Kuh? Nein Der ist kuhfarben Es sei denn, wir holen uns die Standardversion Die Nicht-Vorbesteller-Version Das ist die Lackierung Und die Sau Geil Kaufen Das Ding will ich unbedingt haben Ja, das ist gerade neben mir aufgeploppt, ja So, und jetzt haben wir uns noch die Sämaschine Die wir uns holen wollten Äh, wo ist es denn? Ich fahr den, ich fahr den, ich fahr unseren Mähdrescher schon mal zu Feld 26 zum Ernten, ne? Oh yeah, baby, oh yeah Äh, so Oh, Schilder, tut mir leid, Schilder Kaufen Er sagt, kein Auto kommt jetzt noch an mir vorbei auf der Autobahn Natürlich nicht So, ich guck mal kurz, Garage Mal gucken, was passiert, wenn ich das Rohr ausfahre Ist das Rohr groß genug, geht's auch nach oben? Ja Okay, jetzt haben wir folgendes Problemchen So, ich verkaufe noch ein bisschen Kleinkram, den man ich nicht mehr brauche Äh, wir wollen Heuballen, geht ja nicht bei Soja, ne? Horst So Horst Horst Was ist? Ich hab dich gekickt Ja, why? Weil du im Treckerstand, den wir verkaufen müssten Mussten, ja, guter Mut Mussten, nicht müssten, mussten So, wir haben ein neuer Bruder hätte auch einfach kurz hier rüber gehen müssen, weil ich musste kurz meine U-Bahn Nee, ich verlasse Wendeaufnahme und mein Rechner nicht Hä? Ich verlasse Wendeaufnahme, mein Rechner Wenn du... Kaufst du kein JCB Weil JCB scheiße ist Nein, verdammt es ist Es ist nicht scheiße, aber wir wollen unseren Mod Weil der ist einfach geil, der ist einfach hammer-sexy Welcher Mod? Wir haben den, ähm Ja, den Cow Edition, die Vorbestell-Edition von dem einen Traktor Von welchen? Mit dem Ketten? Nein, dem anderen, dem Waltra Und ich hab den, äh, direkt für 800 Aufgerüstet Zum, ähm Hier, Frontlader Weil das, das brauchen wir definitiv bei Äh Ich hab mal so one question on you, ne? Ja, hau aus Das ist alles schön und gut But Wie viel Leistung hat der? 210 PS und den kann man noch tunen Auf 350 Wow Alter Was ist mit der Old Lady? Welche alte Lady? Ja, unseren vorigen Der ist verkauft Okay, dann geier ich mir gleich mal kurz den Träger Und da sagst du ja drinnen, deswegen hab ich dich ja gekickt In der Old Lady? Ja Ja Ja, wusste ich nicht So, guck mal hier, unser Löwe Erstmal gucken Wie geil dieses Gerät ist Ich seh's Hammer Ich stell ihn hier mal an den Rand Ganz gleich direkt neu sehen Ja Ich hoffe, der ist stark genug Und sonst müssen wir den versehentlich aussehen tun Egal Ich hab 27.000 also Warum hast du 27.000, ach so ja Old Lady verkauft Julian, ich hol grad den Joskin Ich hab ihn schon Ja, Sebastian, teleportiert sich ja nie Ja, ich muss den Träger holen Guck dir diesen geilen Traktor an, den ich habe Ähm Wir haben noch einen anderen Anhänger, Basti Welchen? Der steht, äh, bei Feld 14, 15, so, äh, unter der Deckung Unter der Abdeckung da Ich bring noch schnell das Holz weg Wo ist denn Feld 14, 15? Oh, die Felder, die uns gehören Warte Die ich einfach schneller bin als du Wie geil ist das denn? Feld 14, 15 Und die Vorderräder drehen sich so schnell, dass sie sich bei mir im Slow-Mo rückwärts drehen Hammergeil Bei mir auch Ich mag den Traktor Der ist geil, der ist stark Das wird unser neues Flaggschiff JCB ist stärker JCB sieht scheiße aus Na, so schlimm sind die nicht, aber Aber das sind die schnellsten Träger mit 73 kmh Das ist mir egal Ich wollte den hier haben Vorne vorne rein Weil wir den einfach als Vorbesteller Bekommen haben Und deswegen wollte ich den haben So, ich hab jetzt die erste Bahn gezogen 1060, äh, seit 1600, ja Erste Bahn Erste Bahn 1600 Tut dich aus Haha Ich komm gleich wieder mit dem Jostkin Ja, ich bin auf Offa the way to you Then you can me einladen Also 15% ist eine Bahn Äh, Julian, wie steht's eigentlich mit Nachtanken der Trecker? Ja Gar nicht Doch Müssen wir irgendwann machen Nein, ja, nur Ich hab nur noch 82 Liter, deswegen frage ich Ja, ja Das gehört kein Ding Und wie viele waren da vorher? 83 Nein Fast 200 Liter Fast 200 Ja, ja, okay Dann muss irgendwann nachgetankt werden, schon klar, aber Oh Ich kann nicht fahren Wie schnell schläfst du oder wie langsam, er? Immer noch 10 Hat sich bei, ja, hat sich bei, bei, wenn du, Drescht nie geändert Es war immer 10 Ja, ich komm gleich nach Der Weichler, der Weichler kann wie die meisten 53 kmh Oh, Standbild, aber okay Störung I, das, das ist das Geile an dem Joske Wenn du jetzt auskippst, fällt das Holz einfach raus Da ist kaum Holz Ja, muss so Alles klar, läuft bei euch Jetzt, jetzt fängt es an zu laufen, aber so richtig Ja, was, ach so Ich hab mich gottverdammte anderthalb Stunden ran gesetzt und diese ganzen verfickten Coins gesammelt Manche waren einfacher, manche waren schwerer zu erreichen Wo liegen die denn? Überall auf der Map Ähm, guck mal in der WhatsApp-Gruppe Dann hab ich ein Foto reingeschickt, glaub ich Von jedem, wo es lag Nein Man muss 10 sammeln, den siehstern Rest Einfach zurücklehnen, wehdrücken und entspannen Da fällt es ja... Tempomat rein Letztes geht es immer noch einfacher Tempomat Hat er eigentlich recht Ich darf ihn machen Ja, aber ich muss gucken, ob ich gerade erfahre Weil manche Dinger, die kriegst du und manche nicht Ja, das ist ja kein Problem, oder? Und wie gefällt dir der neue Erntter? Der neue Kleine Der neue Kleine, genau Äh... Ja, ganz angenehm Der ist ein bisschen breit als der da vorne, ne? Naja Ripper Dann fällt aber nicht auf Alle exakt bescheiden, wenn du drüben bist, ne? Ja, ja Oh yeah, nice Wie viele Tonnen hast du? Pro Bahn 1,6 Nice Naja, bis jetzt schon bei Sebastian drin, ne? Ja, Julian, ich lau bei mir ein Ja, ich hab kein Ding Ich bin zu 15% voll Den kannst du danach direkt auch voll machen Kann man die hintereinander hängen? Nein Das schaffst du eh nicht Sagst... Ja, okay Und mit schaffen meine ich nicht Mit 15 km halt Dann den Berg runterfahren Ex, du hast ja was vergessen Toll, stand Okay Lass mich doch viel fressen Mach dein Rohr raus Hä? 15% junger, das lohnt nicht Ja komm, schmeiß rüber Dein Ernst? Ich guck mal was Tuning von Baltra kostet 20.000 Jetzt gib mir dein Rohr-Arsch Junge Pflegebereitung bei dem Ding ist die richtig affisch aus Soll ich dem die, äh, 40 PS drauf geben? Die was? 40 PS drauf geben Mehr hat der nicht? So was der Der hat dann 250 Der hat dann 250 Der hat wie viel kannst du maximal? Ja, 250 Hat er dann Sonst hatte 210 Reicht fürs Erste Oh ne, lassen war Der kommt auch so erstmal zurecht Oder brauchen wir noch irgendwas? Wie viel Geld hast du, Basti? 500 Okay Bei Geld musst du dich liebensvoll an alle expenden Äh, was? Ach ja, stimmt, der hat klein Geld Oh, ja Haha, ja Ich hab nichts gesagt Es ist teilweise so viel Geld, wie ich vor dieser Aufnahme insgesamt hatte Äh, ja Ich hab jetzt grad 50.000 Willkommst, dass wir auf einmal so viel Geld haben Hab ich doch eben erzählt Kauf mal ne größere Ecke Oder ist das ne Sähmaschine, die beides kann? Das weiß ich nicht Aber wundern würde es mich nicht Ich probier's mal aus Was soll ich denn sähn? Hrp Hä, wohnt wo willst du sähn? Da, wo du grad geerntet hast Ja, das ist doch so Dann ist okay, weil die anderen Felder sind alle gesät Ja, wo sonst Weil mit deinem Traktor, Basti Der schafft diese Sähmaschine nicht Doch Mit zwei Kammer Ja, reicht doch, oder? Aber die ist geil, die ist vor allem neun Meter breit Und wie weit ist mein Schleidwerk? Ich glaub 10,50 Meter Nice Hm 10,50 Meter Der hättet aber auch eins für Kreisern Heu, 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 nicht rum Hätt das Okay, nicht das gleiche Kost Yep, der Grubbert Der Grubbert nicht Ja Das macht der standardmäßig mit 17 kmh hier Oh fuck Der Waldreis echt geil Haben wir endlich mal genügend Trecker? Das auch, ja Recht jetzt, ich bin bei 16% Heu nicht rum Hast du die Bäume vorne weggeräumt? Ja Sicher? Ja, doch Oh Die Folge ging ja saumäßig schnell Wir sind hier schon bei 21 Minuten Oh fuck Boah, das ging grad voll schnell vorbei Du hast da was vergessen, Alex Alex, magst du die Abmoderation machen? Ja, gerne Na gut Danke fürs Zuschauen Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen Wenn ihr die neue Erntemaschine genauso geil findet wie ich, dann lasst mal einen Daumen oben da Oh ja Wünsche oder Hilfestellungen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben Julians Link ist bei mir in der Beschreibung Der erste Link Bis dahin, haut rein, bis zur nächsten Folge Landwirtschaftsseminator Und tschüss Bis zum nächsten Mal